. . . . . . Ich bin wieder gerade beim Ackern hier in Goldschirn. Jeden Tag komme ich hierher und trainiere für Stunden. Aber ich wollte nicht jetzt über mich reden, sondern ich wollte über euch reden. Gratuliere! 40 Jahre Akademie. Und 15 Jahre Feier für die Hochschule. Und ich kann mich noch erinnern, 1974 hat mir der Albert schon über seinen Traum hier in Amerika erzählt. Da ist er hier auf Besuch gewesen. Dann habe ich gesagt, ich will einmal so eine Karame machen. Sehr schwierig. Jeder sagt, nein, das ist unmöglich. Aber dann ist es doch möglich geworden, neun Jahre später. Also gratuliere! Machst einen guten Job! Machst so weiter! Ich bin stolz auf euch! Servus! Ich bin stolz auf euch! Ich bin stolz auf euch! Ich bin stolz auf!